Ich habe Mitschreiberei gefangen, weil ich mich kaum bewegen konnte, weil ich so gut wie nichts verstanden habe, wo ich bin, was ich hier in Deutschland tue und wozu ist diese überraschende Wende in meinem Leben. Im Frühling 2003 habe ich meinen Fuß gebrochen. Ich war mit Freunden in München. Wir wollten ausgehen. Ich habe im Hotel zu viel Sekt getrunken natürlich. Auf der U-Bahn-Station versuchte ich zu tanzen und dann unglücklich gefallen. Zwei Fußknochen waren kaputt. Es wurde mir vorgeschrieben, sechs Wochen zu Hause zu bleiben. Mein Partner musste arbeiten und war ständig weg. Russische Fernseher hatte ich damals noch nicht. Deutsche TV war mir auch noch sehr fremd. So fangt es an. Aus purer Langeweile. Ich lag auf dem Sofa und überlegte, wie schön es wäre, ein Schriftsteller zu sein. Sich bewegen muss ich nicht. Verstehen muss ich eigentlich noch sich selbst und meine Verlege. Der Rest ist egal. Mein zweiter Gedankenschritt. Was soll ich schreiben, um Leseinteresse zu erwecken? Es soll witzig sein, dachte ich. Natürlich soll es auch nicht banal, nicht langweilig sein und gefühlsvoll. Natürlich. So etwa lachen und weinen gleichzeitig. Und so kamen die drei Jungs zur Welt. Ständig reflektierte Ilja, Ernste Kirill und verrückte Mark. Sie waren erst nur drei Menschentypen, die ich oft in G-Community gesehen habe. Nicht in reiner Form natürlich, nur zum Teil. Und dann war mir schon weniger langweilig. Wir waren doch schon zu viert. Und ich mit meinem gebrochenen Fuß und sie. Meine Helden taten dies und jenes und ich schrieb. So gut, wie ich konnte. Vielleicht ist mein Buch nicht perfekt, aber wir lieben Bücher nicht, weil sie perfekt geschrieben sind, sondern weil sie unsere Herzen bewegen können. Nicht wahr? Meine russische WG tut es, denke ich mal. Die erste Geschichte, die ich damals geschrieben habe, hieß Tschaschka. Die Tasse. Bitteschön.